Ja, moin moin und metal, meine lieben Freunde. Eigentlich wollte ich jetzt heute gleich mit dem dritten Teil vom Indigo-Bärchen weitermachen, aber es ist was dazwischen gekommen und es gibt noch ein anderes Thema, was ich einmal besprechen möchte. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das einfach vor diesem anderen Thema dann in einem gleichen Video anspreche, aber ich denke, ich mache das jetzt hier mal in einem separaten Video, weil mich das schon echt ein bisschen schockiert hat, was da heute Nacht rausgekommen ist. Denn als ich heute Morgen Telegram aufgemacht habe, bin ich so ein bisschen vom Glauben abgefallen und das möchte ich in diesem Video hier einmal ansprechen. Ich werde euch gleich mal zwei Screenshots einblenden, die halt auf Telegram schon veröffentlicht worden sind und dann werde ich gleich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Zuallererst aber gleich vorab, diese stammen nicht vom Indigo-Bärchen, das ist eine andere Person und ich habe diese Screenshots heute auch das erste Mal gesehen. Wir lassen uns das erst einmal kurz von der KI vorlesen und dann sage ich da ein paar Sätze zu, denn das muss man einmal, glaube ich, ansprechen, dieses Thema. Als ich bei ihm geschlafen habe, da hat er sich nachts neben mir und meinem Kind einen runtergeholt. Er ist so ekelig. Ich kann seitdem nicht mehr ruhig schlafen. Ja, also, da hat eine Frau mit ihrem Kind bei unserem Reini gepennt und er soll sich dann selbst in der Nacht angepackt haben, neben der Frau und vor allem neben dem Kind. Und soweit ich weiß, gibt es nur eine Person, die da jemals mit Kind bei ihm zu Hause war und dann scheinbar auch bei ihm übernachtet hat. Und das war diese 18-Jährige, die vor einigen Monaten auch das Foto aus seinem Zimmer mit der Switch gemacht hat. Ihr wisst das sicher noch, das, wo man auch seine Matratze dann sehen konnte. Ich glaube, das war im April diesen Jahres. Ich suche mal raus. Ich glaube, ich habe dazu auch ein Video gemacht. Verlinke ich euch mal oben in der Ecke. Und soweit ich weiß, ist dieses Kind von ihr ja auch ein Säugling gewesen. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendwie einem älteren Kind oder sowas, sondern zu dem Zeitpunkt, als sie da war, war das wohl noch sehr klein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie alt, aber unter einem Jahr auf jeden Fall. Irgendwie ein halbes Jahr, meine ich, oder sowas. Nun kann man natürlich sagen, ja gut, das kann ja jeder irgendwie schreiben. Das kann ja auch fake sein. Allerdings hat diese Dame auch Bilder dazu geschickt, die auf Telegram auch veröffentlicht wurden, die von Rainer kommen, die bisher auch noch nicht irgendwie gesehen wurden im Internet. Also ein Foto, wo er so einen Kuss in die Kamera haucht und eines, wo er vor dem kaputten Fenster in Zobes sitzt. Daher kann man davon ausgehen, dass diese Geschichte wirklich von jemandem kommt, der mit Rainer auch im Kontakt stand. Also wenn ihr mich fragt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe und die Infos, die ich jetzt heute Morgen gerade so ein bisschen gesammelt habe, kann ich das schon authentisch ansehen, dass da jemand von seinen echten Erfahrungen spricht. Okay, das einmal vorneweg. Und ich kann hier auf YouTube jetzt gar nicht genau sagen, was ich eigentlich gerade denke, weil ich sonst wahrscheinlich gesperrt werde mit diesem Account hier. Dass Rainer einen extremen Zwang zum Thema Sex hat, das wissen wir ja alle. Und das wird auch nachher nochmal sichtbar, wenn ich das Thema Nummer 3, also das Video Nummer 3 von dem Indigo-Bärchen bespreche. Aber wir reden hier von einer Frau, die halt 18 ist, die gerade Mutter geworden ist, sich mit ihm trifft, vermutlich weil sie Mitleid hat oder sonst was. Ich weiß nicht, warum man sich sonst mit ihm treffen sollte. Und er dann an sich rumspielt mit einem Säugling neben ihm. Nochmal, soweit ich weiß, ist dieses Kind irgendwie ein halbes Jahr alt gewesen, als sie da war. Aber auf jeden Fall unter einem Jahr. Und ja, was soll man dazu wirklich noch sagen? Da fehlen einem echt die Worte. Dazu muss man aber nochmal ganz klar sagen, in dem letzten Video von mir, vom Indigo-Bärchen Teil 2, hat Rainer sich ja über die Nachbarsmutter beschwert, die ja im gleichen Zimmer mit ihrem Kind schläft und dann vermutlich, nach seiner Auffassung zumindest, ja wahrscheinlich Sex da in diesem Zimmer hat mit ihrem Freund. Und wir kennen das bei Rainer, dass er halt ganz oft Sachen auf andere projiziert, die er halt selber von sich im Kopf hat. Und das haben auch viele Kommentare unter diesem Video geschrieben. Und jetzt bekommen wir hier mit, dass Rainer neben dieser 18-Jährigen und neben diesem Säugling an sich selbst rumgespielt hat und, so wie man es ja rauslesen kann, gegen den Willen dieser 18-Jährigen. Also es ist nicht, dass die da irgendwie rumgemacht hätten und er das dann gemacht hat, sondern sie war davon ziemlich angeekelt. Und wie sie selber sagt, ist sie davon so belastet, dass sie jetzt nicht mehr richtig schlafen kann. Und ich kann dieser Dame wirklich nur anraten, das zum einen prüfen zu lassen, rechtlich dagegen vorzugehen und zum anderen, dass du dir bitte ganz, ganz schnell professionelle Hilfe suchst, wenn dich diese Situation so jetzt belastet, dass du nicht mehr schlafen kannst, weil dich das halt so traumatisiert hat. Sowas ist auch eine absolut ekelhafte Aktion, die man gar nicht in Worte fassen kann. Und sind wir mal ehrlich, wenn das wirklich stimmt, dann ist Hopfen und Malz verloren. Ihr wisst, ich versuche auch immer ziemlich objektiv an diese Sachen ranzugehen und ich will nicht immer gleich die Keule rausholen und draufhauen, aber sowas kann und will ich auch nicht schönreden. Wenn sich das bewahrheit, dann ist wirklich Ende im Gelände. Junge, 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 richtig, richtig übel. Also nach allem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist das wirklich legit. Und ja, schon richtig harter Tobak und natürlich wollte ich das dann auch mit euch einmal kurz besprechen. Weil, das sollen natürlich auch alle Leute mitbekommen, dass sowas nicht nochmal passiert. Und irgendwelche Leute oder irgendwelche Damen vor allen Dingen, die irgendwie Mitleid mit ihm haben, sich dann auf den Weg dahin machen und sich in solche Situationen dann bringen. Naja gut, das soll es jetzt für das erste Video jetzt erstmal gewesen sein. Ich versuche dann heute Abend noch das zweite Video zu bringen, also den dritten Teil von dem Indigo-Bärchen. Und falls es hier zu diesem Thema natürlich irgendwas Neues geht, werde ich es euch natürlich auch wissen lassen. In diesem Sinne, startet bitte trotzdem gut in den Tag, auch mit diesen News, die einen wirklich verstören können. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video sage ich Metal auf, meine Freunde. Leute, folgt alle mal dem heiligen Ofen Käse hier. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.